Sooo, und damit willkommen zurück zu, ähm, Fire Emblem Warriors. Wir gehen in den nächsten Kampf rein. So, das haben wir. Rettung verbündeter Truppen. Let's go. Äh, Truppen der Magier werden gerettet. Klasse, Truhe. Sieh schon, wo der Schlüssel ist? Ne, ne? Äh, Magier wird, na, wird, wird. Manchmal fangen Einheiten, die nicht am letzten Kampf hergenommen haben, an sich energiegeladen. Und, äh, energiegeladene Einheiten, die, ähm, im Kampf eingesetzt werden, hätten Bonus-Erfahrung. Okay. Äh, durch gewisse Aktionen im Kampf wird der Unterstützungswert erhöht. Okay. 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 Good. Um. Okay. Ich bin ein ... ... ... ... Das ist unsere Basis, ich sehe aber immer noch nicht, wo der Schlüssel ist. Ich versuche es erstmal zu lehmen. Ich bin immer noch kurz die Basis mit. Zoom. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 So. 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 erhöht. ... , 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 ,, Das war's für heute. Überstufensiegel, das habe ich nicht. Tada! Nein, die Trableb geben. Ah, es ist schon wieder interessanter. Nein, die Trableb geben. Mache ich sie zur Magierin oder zur Priesterin? Ich glaube, zur Magierin, aber das ist besser. Da ist sie besser. Sagen wir es mal so. Das ist für die Liebe. Was ist denn? Ja, diese Magierin werden. Manuela könnte auch. Manuela als Priesterin könnte aber auch Magierin werden. Das wäre mir erstmal egal. Ja. So. Bei den Überstufensiegel ist das auch noch nicht. Aber. Ja. 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 so und hier haben wir noch Platz für ja 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 die drei jahrelang die städte das erinnert die magier werden Wir haben viele Shina-Jina. Wir haben eine gute Shina-Jina gewählt. So. So. Ich noch was. Also ich könnte ja noch Priesterin geben, das will ich aber nicht. Alles klar. Ich möchte gerne Bandit werden, dann let's go. Äh. Äh. Dann habe ich schon mal, ja. Annika. Ist Magierin bereits. Manuela. Sie ist ja schon Priesterin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann brauche ich hier erstmal nichts weiter. Ich mache mal die, die ich hauptsächlich spiele in meinem Level. Ich habe ja genug Knete, von daher ist das nicht das Problem. Ich mache mich nicht. Ich mache mich nicht. Ich mache mich. Ich mache mich. Ich mache mich. Ich mache mich.